Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Vice City Stories. Ja, beim letzten Mal haben wir eine Mission bei Gonzales gemacht, da mussten wir, ja, Drogen zu einem Deal bringen. Dort wurden wir dann überfallen und dann war Vic die ganze Zeit high und so weiter und wir mussten die Drogen zurückholen, haben wir geschafft. Trotzdem hat Gonzales jetzt die Freundschaft mit uns gekündigt und deswegen brauche ich jetzt erstmal eine Auszeit, um diesen Schock, diesen großen Schock zu verdauen. Und deswegen machen wir heute mal Nebenmissionen wieder in dieser Folge. Und zwar machen wir die Nebenmissionen Kaufhauschaos und Gangster mit Flügeln und wir fangen mit Kaufhauschaos an. Das ist wie der Name schon sagt im Kaufhaus und zwar hier, wo ich markiert habe, falls ihr das auch machen wollt. Ganz im Norden der rechten Insel und wir haben ja jetzt insgesamt in Vice City Stories nur noch vier Nebenmissionen zu machen. Eine Nebenmission schalten wir nach der letzten finalen Story Mission frei, also die können wir mit rausnehmen, die brauchen wir gar nicht mit dazu zählen. Und zwei davon machen wir jetzt und eine machen wir dann, die heißt Wassersport, wenn wir die freigeschaltet haben und zwar nach der Mission Say Cheese bei Randy. Das wurde mir auch schon mal in die Kommentare geschrieben. Und wir werden in der heutigen Folge erstmal Kaufhauschaos machen. Das startet man, indem man hier vorne auf dieses Bike hier aufsteigt. Und ja, Kaufhauschaos. Steigen wir mal auf, ist so eine Art Checkpoint-Parcours, wie ich gehört habe, habe ich ein bisschen gelesen, im GTA-Wiki stand das. Schauen wir mal, was wir da so machen müssen. Kaufhauschaos. Fahre alle Markierungen ab, versuche die Bestzeit von 4 Minuten 30 zu schlagen. Okay. Okay, wir haben hier 50 Markierungen und wir müssen die alle einsammeln in 4 Minuten 30. Wo ich noch keine Ahnung habe, wo die eigentlich alle sind. Stand da noch irgendwas anderes, was wichtig ist? Durchfahre grüne Markierungen mit einem Wheelie. Blaue mit einem Stoppie und die roten, so wie du willst. Rote, wie wir wollen. Okay. Das ist mal interessant, was 30 Sekunden. Okay, wenn wir absteigen, können wir 30 Sekunden. Das habe ich natürlich jetzt nur gemacht, um euch das zu zeigen. Dass ihr keine Angst haben braucht, wenn ihr vom Bike fliegt. Aber das könnte hier wirklich anstrengend werden. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt im ersten Trail... Hallo, ich möchte hoch. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt im First Trail mache. Habe ich da gerade einen Wheelie überhaupt ausgeführt? Es war mir so, als ob ich das gar nicht gemacht hätte. Ah, der zählt natürlich jetzt nicht. Also hier ist er jetzt wirklich ein bisschen strenger. Wheelie? Okay, reicht aber auch so ein kleiner Wheelie. Blaue mit einem Stoppie? Okay, also es reicht auch so ein bisschen bremsen. Das ist für das Spiel auch schon ein Stoppie. Ähm, ja, ist natürlich jetzt ein bisschen crazy. Ich bin bei diesen Missionen immer am Anfang überfordert. Was willst du denn jetzt hier mit deinem Arm hier? Der wollte nur im Video sein, der Typ. Der wollte einfach nur im Video sein. Das hat er jetzt geschafft. Glückwunsch dazu. So. Haben wir da auch noch irgendwelche? Okay, da ist nochmal eine mit dem Stoppie. Okay, ich habe nicht mal einen richtigen Stoppie gemacht, aber es zählt trotzdem. Ähm, ja, ich habe hier ein paar Frame-Einbrüche. Das ist einfach, weil hier zu viele Leute unterwegs sind. Ein bisschen mal gegen den Strom, mal auf die Rolltreppe hochgehen, die nach unten fährt. Leute, wer hat das nicht schon mal gemacht von euch, äh, in einem, irgendwo im Kaufhaus oder so, einfach mal die Rolltreppe benutzt, die in die entgegengesetzte Richtung geht. Und zumindest als Kind hat das doch mal jeder mal gemacht, oder? So, hier sind auch noch, ich fahre jetzt erstmal hier oben ein bisschen längs. Und wir genießen so ein bisschen die Verfolgungsjagd von diesem Cop und dem Typen. Kriegen wir eigentlich einen guten Burger-Bonus, wenn wir den jetzt umkacheln, den Typen? Das ist mir eigentlich egal, der ist da reingerannt. So, Stoppie. Wir haben jetzt 17. Das ist natürlich jetzt noch nicht so krass, ne? Noch nicht so das Gelbe vom Ei. Ähm, ich vergesse auch immer, was die Markierung... Also, was, was die, was man da machen muss. Roten, wie wir wollen, ne? Blau ist hier Wheelie. Okay. Blau ist Stoppie. Stoppie, Stoppie. Äh, Wheelie. Oh, Leute, dieses Rumgelegge geht mir auf den Sack gerade. Rot, wie wir wollen, Stoppie. Äh, ich hab nicht mal einen Stoppie gemacht. Egal. Egal, äh. Es läuft. Stoppie. Wheelie. Äh, ich hab doch einen Wheelie gemacht, Mensch. Ja, gut, ich hab keinen richtigen Wheelie gemacht, aber ey, 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 yo. Okay. Also, da brauchen wir auf jeden Fall noch einen zweiten Versuch. Rot, scheißegal, kennt man. So, scheißegal. Wheelie. Ähm. Muss ich auch hier in den Laden rein, oder? Wenn ich jetzt in die Läden rein muss, ne? Oh mein Gott. Hier ist nichts, oder? Nein. Das wär auch echt unfair. Ja, Leute. Betrachtet diesen Versuch hier als Trainingsversuch. Ähm. Ach, da ist ja auch noch einer. Stoppie. Ja, das ist ein kleiner Trainingsversuch. Wir sind ja schon mal ganz gut dabei, aber noch lange nicht so, dass man sagen könnte, yo, das schaffen wir. Also hier oben einmal eine Runde drehen. Und dann hat man schon relativ viele. Hier sind ja auch sehr viele, ne? Hier gibt's wahrscheinlich auch wieder irgendwie eine optimale Route, die man hier nehmen kann, aber ganz ehrlich, Leute, ich weiß die nicht. Keine Ahnung. Ich hoffe, ich krieg das so hin. Einfach, indem man aus seinen Fehlern lernt und, äh, ich bin hier nur gerade ein bisschen überfordert. Mit der Anzahl der Dings. Äh, wir haben jetzt noch... Okay, das wird auf jeden Fall nichts. Aber ich war am Anfang auch ein bisschen planlos und das kostet halt auch alles Zeit und so, ne? Ja, brauchen wir jetzt auch gar nicht mehr zu versuchen. Ich würd nur halt gerne nochmal wissen, wo die sind. Komm ich jetzt auch irgendwie wieder runter? Hier bei der Rolltreppe, ne? Okay, da unten sind halt auch noch ein paar... Äh, das ist gleich vorbei. Geht's danach trotzdem nochmal weiter? Das würd ich gut finden, weil... Okay, es geht weiter. Auch wenn wir den Rekord nicht brechen. Das find ich schon mal gut, weil so haben wir auf jeden Fall, äh, einmal die Möglichkeit, uns alles einmal anzuschauen. Ähm, rot ist scheißegal. Okay. Fünf noch. Also, ich war dafür, dass ich hier so planlos durch die Gegend gefahren bin und so weiter. War das... Habe ich die nicht am Anfang alle genommen? Haben die dann vielleicht doch nicht gezählt? Und deswegen vielleicht, vielleicht... Okay, es ist jetzt... Es ist jetzt... Es sieht am Anfang ein bisschen unübersichtlich aus, das muss ich sagen, aber... Jetzt eigentlich, wenn man da oben erstmal ist, dann... Kann man da ja eine schöne Tour fahren. Meine Fresse! Einmal eine Runde drehen und dann hat man ja eigentlich alle. Immer darauf aufpassen, dass man eben dieses Geräusch auch hört, dass es auch... Ihm erfolgreich gilt, als erfolgreich gilt. Und das Spiel ist hier zum Glück nicht so streng, also... Was hier schon als Stoppie zählt, das ist, äh... Eigentlich nur ein leichtes Abbremsen teilweise, wie ihr sehen könnt, aber... Das kriegen wir auf jeden Fall, das kriegen wir hin. Jetzt einen noch und dann... Guck mal, selbst... Ich hab so rumgeeiert und wir sind nur knapp eine Minute schlechter, als wir sein dürfen. So, Mission fehlgeschlagen. Ja, aber dann kann ich... Damit kann ich absolut leben. Das war der erste Try. Der war jetzt, um das so ein bisschen kennenzulernen. Und... Wäre natürlich schön gewesen, wenn es geklappt hätte beim ersten Mal, aber... Das wäre auch irgendwie ein bisschen langweilig, oder? Wenn jetzt immer alles direkt klappen würde. Ähm... Joa. Machen wir es doch einfach nochmal. Machen wir es doch einfach nochmal. Bei dieser entspannten Musik, da kann man gar nicht wütend werden, oder irgendwie. Das ist so eine entspannte, gechillte Musik hier. So, jetzt geht's los hier, Leute. Ich versuche erstmal, die hier unten alle zu erledigen. Ne, ich dreh erstmal oben die Runde. Damit die erstmal alle von der Markierung weg sind. Also, dass die alle von der Karte weg sind. Komm schon! Wir wollen hier nicht rumtrödeln. Wir wollen hier jetzt wirklich den... Der Versuch ist jetzt wirklich nicht mehr hier zum Chillen gedacht, sondern... Das ist jetzt wirklich hier ernst, real. Und deswegen... Mal ein bisschen immer hier auf den Sound achten, ne? Der... Der Markierung, dass die auch wirklich zählen. Deswegen ist das ja gut, dass man so ein akustisches Signal bekommt. Hier zum Beispiel weiß ich, okay, der jetzt hat nicht geklappt. Das reicht auch schön. Das ist nicht... Das ist einfach nur Bremsen. Das ist kein Stoppy. Das ist einfach nur Bremsen. Und das Spiel zählt das hier schon als Stoppy. Also, es ist echt... Sehr, sehr, sehr gnädig. Da ist auch noch irgendwo einer. Nicht, nicht, nicht übersehen hier. So, das zählt auch. Da rechts ist noch einer. Da muss ich auch nochmal hin. Oh, jetzt ist ein bisschen... Ja! Es ist ein bisschen ver... Also, verwinkelt hier. Überall kann man längs fahren. Und... Ja, ist ein bisschen... Aber wir kriegen das hin. Leute, wir haben das alles andere auch schon geschafft. Wir haben die nervigsten Nebenmissionen alle abgeschlossen. Und ihr wisst gar nicht, wie entspannt sich das gerade anfühlt. So was hier zu machen. Mal ganz ehrlich, das ist doch Pipifax hier. Das ist doch zicke zack... Hühnerkacke ist das hier. Also, das ist doch nix, ist das. So ein bisschen hier BMX rumfahren. Das ist entspannt hier für mich. Das ist Erholung. Ein bisschen BMX-Action hier. Wäre ja gelacht, wenn wir uns davon jetzt aufhalten lassen würden. Ha! Da haben wir schon ganz andere Schlachten ausgetragen. So. So, okay. Haben wir das schon mal geschafft? Oh, Wheelie. Oh, hab gerade so noch geschafft. Ähm... Ich hab nur das Gefühl, hier waren wir gerade schon. Aber das sieht halt alles gleich hier aus, ne? So, jetzt müssen wir einfach nochmal hier... Wheelie... Scheißegal. Haben wir jetzt alle hier oben, oder? Nee, ich glaub, hier geht's auch nochmal längs. Und dann müssen wir gleich auch nochmal ein paar machen. Ich seh ja noch ein paar auf dieser Ebene. Das heißt, wir müssen noch ein paar sein. Wir sind zeitlich gut dabei. Aber ich möchte natürlich, dass das so komfortabel bleibt. Wenn ich gleich eng wird. Okay, hier ist auch noch was. Oh, das ist immer gut. Da kann man schnell durchheizen. Okay, jetzt haben wir, glaub ich, alle soweit. Nee, hier ist auch noch. Stop! Pi! Scheiße. Ganz entspannt bei dieser Musik. Hektik. Hektik bringt hier sowieso nix. So, haben wir jetzt alle? Ja, ne? Nee, hier ist noch einer. Das war wichtig, dass ich den gesehen hab. Da ist auch irgendwo noch einer, da hinten. Wheelie. Okay, jetzt haben wir, glaub ich, alle auf dieser Ebene. Wär natürlich cool, wenn das Spiel das ein und... Ach, anzeigen würde, Mann! 35, 15. Wenn hier unten 15 sind, haben wir's geschafft. Ja, wie das aussieht. Wir haben jetzt nur noch Dinge auf hier unten, auf der unteren Ebene. Okay, das hat gezählt. Das war kein... Das war kein Stoppy, aber... Danke, Spiel, dass es gezählt hat. So. So, Wheelie. Wheelie Action. Stoppy Action. So, hat auch gezählt. Okay. Yeah, machen wir geile Stunts hier. Was ist hier los? So, jetzt aber wirklich beeilen, weil... Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Aber... Das macht nix, weil... Wir haben ja auch nicht mehr viele Markierungen. So, normalerweise reicht diese Zeit. Die wir haben. Oh, das war nicht mal ein Stoppy. Aber danke, Spiel. Danke, danke, danke. Ihr seht schon, das Spiel will uns auch ein bisschen helfen. Noah! Oh, ich kann... Oh, fuck. Das wird wieder knapp. Wenn das jetzt nicht klappt, das wäre echt ärgerlich. Weil ich diesmal eigentlich ein gutes Gefühl habe. Rauf da jetzt! Weg! Jetzt muss ich hier oben drauf bleiben, sonst... Oh, komm schon! In der Contra muss es wieder dramatisch machen, ja? So. Äh. Okay, einmal hier schnell rum. Stoppy! Okay, es war nicht mal ein Stoppy. Egal. 20 Sekunden. Für drei Markierungen. Reicht... Oh, oh, shit. Das sind eigentlich nur rote. Das ist eigentlich easy. Oh, ist noch eine. Oh, mein Gott. Wo ist sie? Nein! Och, nö! Och, Mann, ey! Müssen wir alles nochmal machen? Ja! 4,29! Doch nicht! Heilige Scheiße, Mann! Alter, wie viel Glück kann man eigentlich haben? Meine Fresse, ey! Nur weil ich noch hingeflogen bin. Zum Glück war die Markierung hier so nah hier dran. Und nicht irgendwie weiter weg oder so. 4,29, Leute! Es ist eine Sekunde. Aber es ist eine sehr, sehr wichtige Sekunde gewesen. Heilige Scheiße. Okay, Leute. Wir haben es geschafft mit Brechen und Biegen. Und jetzt müssen wir noch die nächste Mission machen. Oder wir wollen die machen. Wir wollen ja auch irgendwann mal alle Nebenmissionen mal durchhaben. Damit wir uns voll und ganz auf die Story konzentrieren können. Und Gangster mit Flügeln ist die nächste Mission. Wie ich das schon gesagt habe. Und die kann man nämlich... Ne, hier so soll die sein. Hier so in der Ecke. Hier. Soll das sein. Und da begeben wir uns jetzt mal hin. Ich mache einen Schnitt. Und dann sehen wir uns auf dem Flughafen wieder. Und dann machen wir Gangster mit Flügeln. Bis gleich, Leute! Yeah! So, Leute. Hier sind wir jetzt beim Flughafen. Und ja, wie gesagt. Hier ist dann das Flugzeug, wo wir einsteigen müssen, um Gangster mit Flügeln zu starten. Hier ist dann der Eingang. Und... Versuchen wir mal, das jetzt zu finden. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Ich weiß nur, dass es hier irgendwo ist. Ach, das wird es wahrscheinlich sein hier. Ja. Das Flugzeug wird es sein. Und wenn wir da einsteigen, starten wir die Nebenmission. Und das wird dann auch wieder so ein Checkpoint-Kurs sein. Aber ich hoffe, es wird nur so eine Art... So eine vorgefertigte Strecke sein. Und nicht von wegen so... Ja, du hast jetzt hier irgendwie 50 Markierungen im Kaufhaus und sammelst irgendwelche ein. Schauen wir mal. Gangster mit Flügeln. Passiere alle Checkpoints. Schlage die Bestzeit von 4 Minuten. Los! Ja. Okay, gerade wollte er irgendwie nicht loslegen. Ich habe auch irgendwie den... Den Timer geskippt gerade. Von 4 ging er direkt auf los. Ich glaube, das wollte ich so nicht. Aber egal. Ja, aber für solche Momente liebe ich ja... GTA und das, was ich hier auf YouTube mache. Und allgemein, ja, das ganze YouTube-Dasein. Für solche knappen Momente lebt man doch, oder? Ich meine, gönnt euch einfach nochmal diesen Moment. 10 Sekunden noch auf dem Tacho. Ich fliege vom Bike. Muss noch eine Markierung einsammeln. Nachdem es eigentlich so lange so gut aussah. Bin total verzweifelt. Verzweifelt. Also mir war in dem Moment bewusst, du musst diesen Versuch nochmal machen. Du hast gefailt. Das war's. Und dann bin ich nochmal aufgestiegen. Und ich wollte den Versuch wenigstens nochmal zu Ende bringen. Und ich hatte halt nur noch eine Markierung, die ich, äh... erreichen musste per Stoppie. Und dann sehe ich da die Markierung direkt vor mir. Ich sehe 4 Minuten 28. Es kam nochmal ein Moment Hoffnung auf. Ich mache den Stoppie und 4,29 steht auf der Uhr. Weil ihr wisst ja, man muss den Rekord schlagen. Wenn ich jetzt 4 Minuten 30 gehabt hätte, exakt 4 Minuten 30, also so wie der Rekord das vorgibt, dann hätte das nicht gezählt. Das hätte nicht gezählt. Also gönnt euch das mal. Das ist die langsamste Zeit, die man machen kann, die man erzielen kann, die noch zum Missionserfolg führt. Es geht... 4 Minuten 30 wird nicht gehen. 4 Minuten 29 ist das Langsamste, was ihr machen dürft, was ihr euch erlauben dürft. Und ich hab's erreicht. Also gerade so mit Brechen und Biegen. Unfassbar solche Momente. Und deswegen liebe ich das zu Let's Playen, weil diese Momente, die man normalerweise für sich selbst erleben würde, wenn man privat für sich spielt, die erlebe ich einfach hier mit euch zusammen. Und die sind einfach auf, 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 auf Band quasi. Und die, diese Erinnerung kann mir jetzt auch keiner mehr nehmen. Und solche Momente. Und das ist auch ein Antrieb, warum ich YouTube mache. Einfach um Erinnerungen für mich zu schaffen. Und deswegen ist es mir auch nicht so wichtig, wie meine Zahlen so aussehen. Deswegen kann ich mich auch anders motivieren, Videos zu machen. Aber natürlich motiviert das auch, wenn eure Unterstützung ist aktuell auch wirklich unglaublich. Und ich kriege so viele Kommentare, auf die ich auch alle antworten möchte. Also selbst wenn ihr jetzt 2, 3 Tage keine Antwort auf euren Kommentar bekommt, denkt nicht, dass ich das nicht noch machen werde. Ich nehme mir da halt immer Zeit, extra Zeit für, um das eben alles zu beantworten. Und das ist halt dann auch manchmal so, dass ich da nicht so viel Zeit habe und lieber aufnehme jetzt. Aber das heißt nicht, dass ich das nicht irgendwann nochmal mache. Denn ich, das ist mir sehr wichtig, dass ich eure Kommentare beantworte. Es sind nur halt im Moment so viele und das ist halt schwierig, da immer sofort drauf einzugehen. Äh, ja. Deswegen gebt mir da mal bitte ein bisschen Zeit und, äh, denkt nicht, dass ich das ignoriere oder so. Lesen tue ich sie sowieso alle. Ihr braucht auch nicht Kommentare zu schreiben wie, Liked bitte meinen Kommentar hoch, damit er es sieht oder so. Also, aktuell ist das absolut kein Problem, das nicht noch alles durchzulesen. Und das ist eigentlich auch immer, also gehört sich, denke ich, auch so, so wie ich das, meiner Meinung nach gehört sich das so, dass man sich die Kommentare zumindest durchliest. Ob man sie alle beantworten kann, das ist dann wieder eine andere Frage. Ne? Aber, ja. So. Sieht aber aktuell ganz gut hier aus. Ich weiß nicht, ob wir schnell sind. Ich meine, der Anfang war ein bisschen fail, aber das darf eigentlich ein bisschen, darf eigentlich jetzt keine Rolle spielen. Vier Minuten, ne? Und das dürfte doch eigentlich das Ziel sein. Das haben wir geschafft. Ja. First try. Mission erfüllt. 500 Dollar. Neuer Streckenrekord. Drei Minuten. 39 Sekunden. Und es ist auch mal cool, hier mit dem Flugzeug unterwegs zu sein. In dieser... Haben wir überhaupt schon mal im Projekt ein Flugzeug geflogen? Ich weiß das gar nicht mehr. Mal irgendwann mal ein Flugzeug geflogen? Eigentlich nur Helis, oder? Bisher? Naja. Wie dem... Au. Alter, ich wollte gerade sagen, Alter. Rip. Und dann ist das Ding durchsichtig. Heilige Scheiße war das Glück. So. Was? Ja. Ich weiß noch nicht, was wir jetzt in der nächsten Folge machen werden. Doch. Ich lege mich da fest. Wir gehen zu Renni. Lance muss noch ein bisschen warten. Wir gehen zu Renni. Deswegen fliege ich da schon mal rüber. Was passiert eigentlich, wenn man aus einem Flugzeug auf den Boden kracht? Ist man dann tot? Ich meine, die älteren GTA-Spiele haben ja noch nicht so die realistische, äh... Physik. Also es macht nicht immer unbedingt so viel Sinn. Wir können natürlich auch ins Wasser springen. Also ich werde jetzt auf jeden Fall schon mal rüberfliegen. Und dann machen wir in der nächsten Folge bei Renni weiter. Denn ich möchte unbedingt die letzte Nebenmission, die wir noch vor der letzten finalen Story-Mission machen müssen. Oder machen können. Besser gesagt, ich will es ja machen. Ähm, die möchte ich unbedingt freischalten. Und deswegen müssen wir bei Renni weitermachen. Wassersport ist ja die Nebenmission, die uns noch fehlt. Die kommt dann auch in den kommenden Episoden. Aber, ja. Ich würde einfach mal sagen, wenn wir sterben, ist es egal. Ach, wir können nicht mal aussteigen. Och Mann, das ist ja blöd. Ach, jetzt geht's doch. Und es macht einfach nix. Wie eine Katze. Er rollt sich einfach ab und es ist so, als wäre nichts gewesen. Naja, Leute. Ich hoffe, euch hat diese Nebenmissions-Folge gefallen. Und wenn es der Fall sein sollte, dann würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und bis dann, sag immer ciao. Bis zum nächsten Mal. Peng!